Heute habe ich ein weiteres Video, das zum Thema die Bunker dieser Welt haben. Seit einiger Zeit werden immer mehr Geheimnisse bekannt, die die Besitzer lieber im Verborgenen halten würden. Begleitet mich heute nach Russland. Ihr könnt euch sicher denken, um wen es heute gehen soll. Richtig, wir sehen uns den geheimen Palastbunker an, in dem Putin sich notfalls tief unter der Erde verkriechen will. Sollte es nötig sein. Eingeweihte Kreise zeigen Pläne für einen Bunker, den wohl der Kreml-Chef selbst schon vor Jahren bauen ließ. Nicht unüblich, haben doch alle der Obrigen ein solches Edelteil tief in der Erde. Aber es geht immer größer, tiefer und sicherer. Und der russische Chef ist da ganz vorne mit dabei. Aber was wissen wir über diese Hightech-Anlage? Immer wieder gibt es Spekulationen über Wladimir Putins Aufenthaltsorte. Eine häufig geäußerte Vermutung, der Kreml-Chef soll Doppelgänger nutzen, die an seiner Stelle öffentlich auftreten, während er sich in einem Bunker versteckt. In der russischen Bevölkerung wird Putin gar als Bunker-Opa bezeichnet. Der Kreml wies die Vermutungen rund um Doppelgänger mehrfach zurück. Das Online-Magazin Business Insider hat nun Baupläne einer riesigen Bunkeranlage am Schwarzen Meer veröffentlicht, die Teil eines Palastanwesens Putins sein soll. Diese Pläne zeigen zwei ausgeklügelte Tunnelsysteme, die unter dem Palast direkt an der Küste verlaufen sollen. Die mit dickem Beton ummantelten Tunnel sind offenbar über einen Aufzug miteinander verbunden, der bis zu 50 Meter unter die Erdoberfläche fährt. Ein ganz schöner Klopper. Aber was wissen wir über die Tunnel genauer? Laut Business Insider sind die beiden Tunnel mit ausreichend Frischwasser, Belüftungssystemen und umfangreichen Kabeln ausgestattet, um Insassen tage- oder gar wochenlang zu versorgen. Die Autoren des Artikels sehen in dem ausgeklügelten und aufwendigen Bunkersystem einen Beleg dafür, dass Putin sich bereits seit vielen Jahren auf Bedrohungen vorbereitet und Szenarien erdacht hat, wie er sich vor Gegenangriffen schützen oder flüchten könnte. Die beiden Tunnel sind etwa 40 bzw. 60 Meter lang und 6 Meter breit. Das entspricht einem Aufenthaltsraum von etwa 6500 Quadratmetern. Das ist in etwa vergleichbar mit der Fläche von zwei Tennis-Courts. Die Tunnelanlage verfügt über sämtliche Arten von Sicherheitsvorkehrungen, sagt Tadeusz Gabryszewski, ein mit Verteidigungsanlagen vertrauter Bauingenieur, der die Pläne für Business Insider geprüft hat. Es gibt ein Feuerlöschsystem. Es gibt Wasser, es gibt Abwasser. Das ist dafür gedacht, dass jemand überlebt oder entkommt. Eine Luftaufnahme zeigt zwei Ausgänge des Bunkers im kahlen Felsen, auf dem das Anwesen am Schwarzen Meer thront. Direkt unterhalb davon befindet sich ein Strand. Die Tunnel könnten laut Business Insider zudem mit einer Straße verbunden sein, über die Vorräte durch einen versteckten Aufzug in den Palastkomplex gebracht werden könnten. Laut Business Insider gibt es auf den Architekturplänen zudem Anzeichen für Sprengstoffsicherheit. Ob das Bunkersystem auch einer nuklearen Explosion oder einer Bunkerbombe standhalten könne, lasse sich aus den Plänen allerdings nicht ablesen. Aber davon ist auszugehen. Immerhin ist er der wichtigste Mann in Russland. Da will man auf alles vorbereitet sein. Und es wurden noch mehr Details bekannt. Eine Abbildung des Aufzugsschachts, der die beiden Tunnel verbinde, zeige sechs Lüftungsschächte, die frische oder gefilterte Luft ins Innere leiten könnten. Laut dem Magazin könnten die zahlreichen Belüftungsschächte und die beiden separaten Tunnel in der Sorge vor einem chemischen Angriff entworfen worden sein. Diese Belüftungsschächte erschweren es demnach, die Versorgung des Palastes mit sauberer Luft zu unterbinden. Zwei separate Portale am Hang schaffen eine sekundäre und tertiäre Sicherung für die Belüftung, sagt der Bauingenieur Gabryszewski, Business Insider. Im Falle eines Angriffs hat Putin zwei Quellen für die Luftzufuhr. Eine hohe und eine niedrige. Das hat den Vorteil, dass es immer ein Backup gibt. Sollte eines ausfallen, übernimmt das zweite automatisch und reibungslos. Mehrere Merkmale an der Architektur des Bunkersystems weisen Gabryszewski zufolge darauf hin, dass Putin das Bauwerk für alle Fälle absichern wollte. Besonders auffällig seien 16 in die Wand des unteren Tunnels eingelassene Kabelkanäle. Diese seien für Kabel vorgesehen, die Strom, Beleuchtung, Kupferdraht und Glasfaserkabel transportieren können, die für einen Kommandoposten benötigt werden. Die große Menge an Leitungen, die durch den unteren Tunnel verlaufen, gehen laut Gabryszewski sogar über das hinaus, was allein für den Betrieb der Bunkeranlage nötig wäre. Es könnte sich dabei um eine Art Reservesystem für den Palastkomplex handeln, so der Experte. Der Tunnel dient also möglicherweise nicht nur als Fluchtweg, sondern scheint eine Art Notfallrückgrat für den gesamten Palastkomplex zu sein. Die Existenz der befestigten Tunnel, etwa 1000 Kilometer von Moskau entfernt, zeigt laut Business Insider, dass Putin nicht nur seiner Vorliebe für das schöne Leben am Meer frönen wolle. Es gehe ihm auch darum, am Leben zu bleiben. Ein ehemaliger Beamter des US-Außenministeriums und heutiger Uni-Professor Michael C. Kimmage hält es laut dem Magazin für wahrscheinlich, dass Putin den Tunnel mit dem Gedanken an einen möglichen Überlebenskampf in Auftrag gegeben habe. Klingt absolut logisch. Interessant ist auch die Frage, wann der Bunkerbau begonnen hat. Kimmage sagte dem Magazin, dass Putins sorgfältige Vorbereitungen vor mehr als einem Jahrzehnt zeigten, wie lange das Denken des Machthabers bereits auf einen existenziellen Konflikt mit dem Westen ausgerichtet sei. Das ist tödlich real. Putin weiß, dass er auf dem Gipfel eines Vulkans steht. Er scheint nicht so psychopathisch zu sein, als dass er einen Atomkonflikt auslöst. Er hat Enkelkinder. Aber er steht schon sehr lange an diesem Abgrund, so Kimmage. Und wenn man bedenkt, wie laut das Säbelrasseln mit dem Wort Atombombe ist, wäre das die logische Konsequenz. Während der beiden großen Umbrüche in der russischen Geschichte, 1917 und 1991, war der Status der Hauptstadt und die Position des Regierungschefs dort ein großes Thema, so Kimmage. Putin hat für diese Eventualität vorgesorgt, indem er ein Netz von Residenzen eingerichtet hat, die möglichst weit vom Zentrum entfernt sind. Ein Tunnelsystem innerhalb des Schwarzmeerkomplexes ergibt demnach Sinn. Aber woher kennen wir diese Pläne? Wer konnte da nicht seinen Schnabel halten? All den Sicherheitsgedanken und Sicherheitsvorkehrungen läuft jedoch ein nicht so kleines Detail entgegen. Das für den Bau verantwortliche Unternehmen Metro Style veröffentlichte die Pläne des Anwesens 2010 auf seiner Website, um seine Arbeit zu präsentieren. Glanzleistung, Geheimhaltung vom Feinsten Die Dokumente waren bis 2016 im Netz einsehbar. Das Unternehmen gab zwar nie an, dass das Tunnelsystem für Putin gebaut worden sei, allerdings war in der Publikation die Rede von einem Komplex unterirdischer Strukturen für ein Anwesen in der Stadt Gelentschik im Gebiet Krasnodar. Das Schwarzmeer-Anwesen, das Putin zugeschrieben wird, befindet sich ganz in der Nähe dieses Ortes. Da braucht es nicht viel, um zu wissen, wer der stolze Besitzer ist. 2021 veröffentlichte der russische Oppositionelle Alexej Nawalny Aufnahmen des gigantischen Anwesens an der Schwarzmeerküste und schrieb es Putin zu. Das Grundstück mit dem Palast im italienischen Design sei fast 40 Mal so groß wie Monaco, heißt es. Und Neugier ist doch sehr verbreitet. So statteten Putins Milliarden anwesen mutige Aufklärer wie sie sich selbst nennen, samt Schlauchboot, einen Besuch ab. Ob die es überleben, ist ungewiss, jedoch die Infos über den Prachtbau gelangten in die Öffentlichkeit. Kosten sollen bei rund 100 Milliarden Rubel, das waren etwa 1,3 Milliarden Euro liegen und über Saunen, Weinkeller und eine Waffenkammer samt Kalaschnikow-Sturmgewehren verfügen. Als Reaktion auf Massenproteste, die durch Nawalnys Veröffentlichung ausgelöst wurden, bestritt Wladimir Putin damals, Besitzer des Schwarzmeerpalasts zu sein. Laut Business Insider zirkulierte ein Link zu den Bauplänen jahrelang in einer Moskauer Subkultur, die als Ausgräber bekannt ist. Einer dieser anonymen Ausgräber, der Angabe gehöre einer Gruppe namens Sectsy an, habe das Magazin auf die Dokumente aufmerksam gemacht. Ein Sprecher der Gruppe sagte, Business Insider, dass sie ihre Erkenntnisse weitergeben, weil wir Putins dummes Gesicht satt haben und seinen paranoiden Untergrundverkehr aufzeigen wollen. Auf eine Anfrage von Business Insider zu den Plänen reagierte weder das in Moskau ansässige Unternehmen, das Metro Style erworben hat, noch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Jedoch kann man davon ausgehen, dass es der Wahrheit entspricht. Immerhin hört man immer wieder, dass Putin fast paranoid ist. Geht es um seine Sicherheit. Wobei, es gibt da schon ein oder zwei Gegner, die ihn gerne die Radieschen von Uten betrachten lassen würde. Daher ist wohl paranoid der falsche Ausdruck. Und natürlich gibt es ein Gegenstück unter dem Kreml. Von dem gibt es allerdings keinerlei Infos. Diesen Bunker hat dann wohl eine andere Firma erreicht. Schade eigentlich. Doch in Moskau gibt es einiges, was man besichtigen kann. Auch für Bunker-Fans. Über 40 Meter unter dem Erdboden, unweit einer Station der berühmten Moskauer Metro, können Touristen für umgerechnet 7 Euro in der russischen Hauptstadt hautnah erleben, wie sich die Sowjetunion einst für Katastrophen wappnete. Hinter dicken Wänden und einer 10 Tonnen schweren Tür, in einem Bunker, der erst 2018 für die Öffentlichkeit freigegeben wurde und laut einem russischen Gericht aus irgendeinem Grund ein Staatsgeheimnis beinhalten könnte. Das zumindest legt nun ein Bericht der regierungskritischen russischsprachigen Nachrichtenseite Meduzana, der von Versuchen berichtet, einen Expertenvortrag von der Videoplattform YouTube zu löschen, der sich hauptsächlich mit eben diesem Bunker 703 beschäftigt. Dabei klingt der Titel des Buchs, zu dem Autor Dmitri Yurkov im April 2021 auf der YouTube-Seite des Museums veröffentlichten Vortrag gehalten hat, deutlich brisanter als er ist. Sowjetische Geheimbunker, urbaner Festungsbau in den 1930ern bis 60ern. Geheim sei daran heute daran gar nichts mehr, versichert Yurkov gleich zu Beginn des Vortrags, den er mehrfach vor interessierend Publikum hielt, und dürfte damit das Interesse von all jenen, die sich nicht als sonderlich geschichtsbegeistert wähnen, gleich verloren haben. Was dennoch dafür sorgt, dass über 100.000 Menschen seit Kriegsbeginn das russischsprachige Video aufgerufen haben, könnte wohl ein Versuch der Kommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadzor sein, das Video kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs von YouTube löschen zu lassen. Aber was es nun genau war, was so brisant daran ist, bleibt im Dunkeln. Denn dutzende Meter unter dem Erdboden gibt es aus Sowjetzeiten mehrere Bunker unter der russischen Hauptstadt Moskau. Wie geheim sind also die Anlagen heute noch? Ein Bunkerexperte hält also einen Vortrag, von dem ein Video ins Internet gestellt wird. Doch die russische Aufsichtsbehörde verlangt die Löschung. Warum nur? Die offizielle Begründung, die aus einem Gerichtsurteil von Dezember 2022 stammt, das Video enthalte Informationen, die ein Staatsgeheimnis darstellen. Das zumindest legt nun ein Bericht der regierungskritischen russischsprachigen Nachrichtenseite Meduza nah, der von Versuchen berichtet, einen Expertenvortrag von der Videoplattform YouTube zu löschen, der sich hauptsächlich mit eben diesem Bunker 703 beschäftigt. Dabei klingt der Titel des Buchs, zu dem Autor Dmitri Yurkov im April 2021 auf der YouTube-Seite des Museums veröffentlichten Vortrag gehalten hat, deutlich brisanter als er ist. Sowjetische Geheimbunker, urbaner Festungsbau in den 1930ern bis 60ern. Geheim sei daran heute daran gar nichts mehr, versichert Yurkov gleich zu Beginn des Vortrags, den er mehrfach vor Interessieren-Publikum hielt, und dürfte damit das Interesse von all jenen, die sich nicht als sonderlich geschichtsbegeistert wehnen, gleich verloren haben. Was dennoch dafür sorgt, dass über 100.000 Menschen seit Kriegsbeginn das russischsprachige Video aufgerufen haben, könnte wohl ein Versuch der Kommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadzor sein, das Video kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs von YouTube löschen zu lassen. Aber was es nun genau war, was so brisant daran ist, bleibt im Dunkeln. Denn Dutzende Meter unter dem Erdboden gibt es aus Sowjetzeiten mehrere Bunker unter der russischen Hauptstadt Moskau. Wie geheim sind also die Anlagen heute noch? Ein Bunkerexperte hält also einen Vortrag, von dem ein Video ins Internet gestellt wird. Doch die russische Aufsichtsbehörde verlangt die Löschung. Warum nur? Die offizielle Begründung, die aus einem Gerichtsurteil von Dezember 2022 stammt? Das Video enthalte Informationen, die ein Staatsgeheimnis darstellen. Meduza hat mit der Hilfe des belarussischen Kollektivs Cyberpartisans nun Zugriff zu internen E-Mails erhalten, die dokumentieren, welche Versuche von Seiten Russlands unternommen wurden, das Video aus dem Internet zu bekommen. Mehrere Mitarbeiter der Behörde schrieben E-Mails an YouTube, verwiesen auf Gerichtsurteile, drohten sogar den Zugang zur Plattform generell sperren zu lassen. Bislang ohne Folgen. Das dürfte auch der Indikator sein, dass die angeblichen Geheiminformationen lediglich ein Versuch gewesen sein sollten, das Risiko unbequemer Nachfragen zu minimieren. Fragen, die das Video aufwerfen könnte, wären etwa eine mögliche heutige Nutzung weiterer unterirdische Schutzanlagen oder gar die Existenz der sagenumwobenen Metro 2, einem geheimen, angeblich unter Stalin gebauten zweiten Moskauer U-Bahn-Netz. Beweise, dass weder das eine noch das andere Tatsache ist, existieren nicht. Relevant sind Fragen wie diese heute, vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, über den Moskau ebenfalls die Kommunikation im Land reguliert, indem es etwa von einer militärischen Spezialoperation oder legitimen Volksabstimmungen in den annektierten Gebieten spricht. Im Herbst wurde bekannt, dass in Russland großräumig Luftschutzbunker instand gesetzt würden und russische Unternehmen dazu aufgerufen worden seien, in Verteidigungstechnik zu investieren. Durchaus möglich. Schon ganz schön geheim diese Geheimnisse, die öffentlich zugänglichen sind. Nun ja, mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und euch zu bitten, aktiv meinen kleinen Kanal zu unterstützen. Teilt bitte meine Videos, damit ich noch viele weitere, so tolle Menschen wie ihr es seid, mit meinen Videos erreichen kann. Denjenigen, die meinen Kanal bereits finanziell so großzügig beschenkt haben, gilt ein von Herzen kommendes Vergelts Gott. Ihr helft mir damit unendlich weiter. Auch alle, die über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken, fühlt euch frei, dies zu tun. Aber bedenkt bitte, dass dies absolut kein Muss ist. Lediglich solltet ihr mich unterstützen wollen, dies ist eine weitere Möglichkeit dazu. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich euch allen sehr dankbar für euer Interesse bin. Falls ihr also das Video interessant fandet, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr wisst schon, der Algorithmus von YouTube ist darauf konditioniert. Natürlich würde mich auch ein Abo sehr freuen. Um nichts zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium. Die Glocke Die Glocke Die Glocke